Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es da einen anderen Weg gab. Es gab nur den Weg der Gewalt. Nur. Oftmals, wenn dann dunkel war, die Eltern haben dann die Jüngeren dranglasiert oder geschlagen. Mit wem wollte ich denn reden? Man funktionierte nicht, man gehorchte nicht und dann gab es schon ein Ausmaß. Und wenn man so Dinge schon in ganz jungen Jahren wahrnimmt und diesen Dingen auch, muss man auch anders noch sagen, ausgesetzt wird, glaube ich, prägt das einen Menschen bis in den Tod. Hast du da gelernt zu kämpfen? So ein Mensch kommt ja nicht mit irgendwelchen schlechten Dingen auf die Welt. Er wird so gemacht. Er wird so gemacht. Jeder Tag, oder jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde, die man im Knast sitzt, ist vergeudet. Bringt einem eigentlich nichts. Fehlt dir an deiner Lebenszeit. Die ist weg. Für immer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017